Wir gehen jetzt zu Kaufland, denn mein Tipp ist kaputt. Ich habe ihn jetzt an den Tag. Und meine Stifte habe ich aussortiert. Ich habe auch schon unsere Freundschaftskette eingezogen. Das ist bei mir meine Freundin. Natürlich kaufe ich mir noch Schminke. Hab die Tasche dabei, dann kann es losgehen. 20 Euro, los! Bei uns ist Kaufland halt voll in der Nähe. Ich habe heute sogar schon die Hausaufgaben fertig gemacht. Ich muss für meinen kleinen Bruder auch noch Eis kaufen. Nur noch über die Straße und dann sind wir da! So, dann sind wir bei den Schminksachen. Was soll ich mir nehmen? Ich will diesen Trend machen mit diesen Lippen, wo die dann so cool für Halloween-Lippen aussehen. Man braucht einen hellen Lippenstift. Ich finde, ich muss jetzt einfach auf den Schminke im Raum verlassen. Ich nehme einfach ein Patches. Natürlich in Blau für Stitch. Okay, ich brauche Textmarker. Die oder die oder die? Ich habe mich jetzt für die entschieden, weil die haben viele Farben. Textmarker. Und Eis. Ich nehme jetzt das mit.